Meine Zähne, die ist total... Ich hab schon jünger gesagt, ich bin froh, dass ich kein Ei geladen habe. Also das wäre heute extrem gewesen dann, genau. Ja. Ja, ist doch schön. Ja, ist doch klasse. Ja, ist doch schön. Ja, ist doch schön. Ja, ist doch schön. Ja, und? 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 Ja, und?